Was soll mal keiner sagen, das kommt vom Atomausstieg, das hoffe ich mal nicht. Wer weiß, wer weiß. Ich weiß nicht, was los war, ich kann euch gar nichts sagen. Ich hoffe mal, wir halten durch. Sonst müssen wir halt wiederkommen. Naja. So. Bleiben wir noch fünf Minuten bei der Keeper 2. Da ist einer meiner Lieblinge hier. Ja, ich glaube, zusammen kriegen wir den ganz geil hin. The March of Time. Da ist einer meiner Lieblinge hier. Da ist einer meiner Lieblinge hier. Ja, ich glaube, es ist einer meiner Lieblinge hier. D Forever. Da ist einer meiner Lieblinge hier. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018